Egal. Egal. Ich kann's halt nicht schaffen. Ich bin schlecht. Ja, machen wir uns nichts vor. Ich bin scheiße. Aber trotzdem, dritter Platz insgesamt, dass das geht. Da vorne ist er. Da vorne ist er. Das ist noch zu schaffen. Das ist noch zu schaffen. Das ist noch zu schaffen. Kommt sie jetzt was Passendes? Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Und er legt mir direkt ein Bob-Omb vor's Gesicht und ja, Pech gehabt, ne? Bei den 3DS-Strecken hatte ich so ein bisschen meine Bedenken, weil ich die 3DS-Strecken generell nicht so... ...cool finde. Aber die hier ist bis hierhin echt richtig fucking episch. Ja, das... Ich versaue es noch. Ich will es nicht versauen. Bitte reiß dich am Riemen, Junge. Weißt du, weißt du, spielst du zum ersten Mal und das Cabrio steuert sich hakelig. Aber du bist gut. Du kannst dieses Spiel. Und ich verkacke, ich verkacke, ich verkacke. Ja, wunderbar. Zweiter Platz. Ah. Läuft. Wer sieht den Shigal-Bazaar hier? Bin das nur ich, der den sieht? Wahrscheinlich nicht. Vierter Platz, ja. Ich bin da Banane unterwegs. Nein. Oh mein Gott. Das Quad und die riesigen Reifen. Das ist nichts für mich. Weiß nicht, ob das reichen kann. 47. Ah. Ah. Nein. Und dabei war sie nur Platz 5. Wieder um einen Punkt. Wieder um einen Punkt. Trotzdem habe ich noch nicht wirklich die Ahnung, was ich da tue. Oh nein. Nicht der Boomerang. Nicht der Boomerang, Mann. Nein. 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 Und verdriftet. Schon wieder an der... Dishal-Bazaar haben wir uns schon mal verdriftet. Man sieht... Man merkt da ein gewisses Muster, oder? Das kann ja nicht nur an mir liegen. Das kann ja nicht nur an mir liegen. Hallo, warum nimmst du dir Münzen, wenn du... Wenn du Items haben könntest. Das ist eine gute Frage. Das ist eine berechtigte Frage. Das ist ein brutaler Anfängerfehler. Da will ich noch gar nicht runter. Eigentlich wollte ich doch runter, aber... Oh. Schon wieder nur eine Münze. Nein. Triff mich nicht. Super. Super. Boah. Ich bremse schon wieder. Ich halte einfach an. Ich halte einfach an, weil ich mich da nicht traue zu driften. Weil ich genau weiß... Da fliege ich raus. Da fliege ich raus von der Strecke. Das ist keine Frage. Fahr da in die... Dämliche Bananepisser. Nein. Mach da nicht jetzt aber. Komm. Alter. Wunderschön. Oh, nö. Jetzt musste ich das Ding weghufen. Das ist doch scheiße. Alles scheiße. Es läuft wieder nichts, wie ich mir das vorgestellt habe. Mann. Ah. Gott sei Dank. Weggesniped. Das kann er. Natürlich. Das sind die Skills von den guten alten Mario Karts. Das meint es ja... Beim besten Willen nicht das erste Mario Kart, dass ich hier zocke. Sowas in... Diese Richtung. Ah. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Gibt es da eigentlich noch einen Turbostart, wenn man runterfällt? Kriege ich auch einfach nichts Cooles, ne? Hatten wir schon mal ein gutes Item? Ein gutes? Ein richtig, richtig gutes? Nein. Nein. Ja, da konnte ich nichts mehr machen. Da konnte ich nichts mehr machen. Da konnte ich einfach nichts mehr machen. Das war höhere Gewalt. Sauber. Fünfter Platz. Ey. Du bist so schlecht. Und das sollte trotzdem hier... Oh. Geh mir mit dem Boomerang weg, Mann. Geh mir mit dem Boomerang weg. Hm. Ich glaube fast ist die Wand vielleicht doch sogar schneller. Danke, Mario. Super nett von dir. Bin begeistert. Nein. 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 Das war kaum unfair. Ja, das war gut. Das war wahnsinnig gut. Ja, komm hier. Pack den Skill aus, Wollo. Pack den Skill aus. Das war gar nicht mal so gut. Aber es reicht. Gott sei Dank. Goldpokal. Hui. Okay. Schwein gehabt. Haupt. Stockpεν.